Immer mehr Bestände werden von allen möglichen Exchanges abgezogen. Außerdem können wir nun mitverfolgen, wie sich institutionelle Investoren in der letzten Woche positioniert haben. Und wir sprechen auch einmal über den Verkaufsdruck für Bitcoin-Miner. Bleib also gerne bis zum Ende des Videos dran. Starten wir in das allererste Thema rein. Und hierbei geht es um die Exchange-Outflows, die nun einen neuen Höchstwert erreicht haben. Du hast es sicherlich mitbekommen, FTX hat eine reine Shitshow abgezogen, ist maximal kollabiert. Und der gesamte Kryptowährungssektor ist deswegen zusammengebrochen. Es gibt natürlich noch weitere Faktoren, die damit reinfallen. Aber im Kern hat FTX das ganze Thema erst einmal ins Rollen gebracht. Auf einmal gibt es eben auch wieder mal glücklicherweise die Wahrnehmung, dass man sich vielleicht doch mit dem Thema Custody beschäftigen sollte. Also wie verwaltet man seine Kryptobestände eben selbstständig? Und genau darum geht es gerade, denn immer mehr Bestände werden nun von allen möglichen Plattformen runtergezogen. Was bedeutet das genau? Wenn wir uns die Daten von Glassnode ansehen, dann sehen wir hier in der grauen Linie den aktuellen Bitcoin-Preis in US-Dollar. Dann sehen wir hier als orangeer Punkt quasi die Exchange-Balance. Das heißt also, wie viele Bestände auf den jeweiligen Plattformen waren. Und dann sehen wir hier in grün hinterlegt die Veränderungen. Also ob zum Beispiel Bestände zu den Exchanges geschickt worden sind, dann ist das hier im positiven Bereich. Und wenn sie abgezogen werden, hier im negativen Bereich. Und das, was wir gerade in der letzten Zeit so mitverfolgen dürfen, ist, dass wir hier einen Wert erreicht haben, wenn es um die Outflows geht, die wir das letzte Mal im Juni und Juli 2022 gesehen haben, im November 20 und auch im April 20. Davor gab es in dieser Größenordnung nie irgendwelche Bestände, die so massiv abgezogen worden sind. Wir sprechen alleine von hier knapp minus 72.000 Bitcoin, die hier abgezogen worden sind. Und mittlerweile dürfen wir eben tatsächlich auch über 106.000 Bitcoin im Monat sprechen, die von allen möglichen Plattformen abgezogen werden. Und dieser Trend wird sich sehr wahrscheinlich weiter fortführen. Mittlerweile ist es auch so, dass Crypto.com gefühlt jedenfalls den ein oder anderen Engpass bekommt. Sie haben genug Liquidität. Der Preis von Crow ist trotzdem abgesagt und sicherlich wird es auch weitere Plattformen betreffen. Auch von Binance werden Bestände abgezogen, von KuCoin, von Yobi, von allen möglichen Exchanges, die wir so kennen. Jeder, der sich gerade mit dem Thema beschäftigt, der hat nun mal jetzt gerade eben auch ein bisschen Respekt davor, weitere Bestände zu verlieren. Denn man weiß zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob noch eine weitere Exchange folgen wird, die also ineinander kracht. Also auch an der Stelle nochmal der Hinweis, du kannst dir gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung direkt einen Hardware-Wallet organisieren. Ich persönlich präferiere die Hardware-Wallets von Ledger und nutze seit eh und je einen Nano X, habe aber auch mit einem Nano S erstmal angefangen. Der größte Unterschied ist vor allem, dass man beim X mehr Speicherplatz hat. Das heißt, ich kann also mehrere Apps quasi parallel installiert haben. Auf dem S ist es zum Beispiel so, dass ich ziemlich häufig, wenn ich größere oder verschiedene Bestände eben halte, die Apps deinstallieren und wieder installieren muss. Das ist jetzt von der Handhabung jetzt aber auch nicht das Allerschlimmste. Ansonsten haben wir hier einen Akku noch dabei. Das ist bei dem Nano S eben nicht der Fall. Das muss immer kabelgebunden sein. Der X hat dann noch Bluetooth, um das Ganze auch über das Handy theoretisch managen zu können. Das geht bei dem Nano S nicht. Also ja, am Ende sind es jetzt nicht die krassesten Unterschiede und am Ende sollte man einfach unbedingt einen Hardware-Wallet besitzen. Es gibt natürlich noch andere Alternativen. Das ist aber meine präferierte und über den ersten Link in der Videobeschreibung kommst du direkt auch zum Ledger. In weiterer Folge gucken wir uns jetzt mal an, was das genau für die meisten Wallets eben bedeutet. Denn seit dem 6. November wurden ja sowieso schon Bestände abgezogen. Gerade in den letzten Tagen hat sich das aber noch mal massiv gehäuft. Und mittlerweile wissen wir, dass die sogenannten Schrimps, also die sehr, sehr kleinen Wallets, die weniger als einen Bitcoin besitzen, mittlerweile ihre Bestände so quasi angepasst, im positiven Sinne angepasst haben, dass über 33.700 Bitcoin dort verteilt worden sind quasi. Heißt also, sie haben einfach ihre Bestände von allen möglichen Exchanges runtergezogen, was in Summe 33.700 Bitcoin bedeutete. Und Wale zum Beispiel, die mehr als 1.000 Bitcoin haben, haben in den letzten Wochen 3.600 Bitcoin runtergezogen, um sie selber zu verwalten. Wir sehen also, dass dieser Trend wohlmöglich erst einmal anhalten wird. Und das ist natürlich nicht nur etwas, was den Bitcoin betrifft, sondern es betrifft zum Beispiel auch Stablecoins, die mittlerweile eben abgezogen werden. Wir sehen aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch alle möglichen Altcoins, die abgezogen werden. Also egal, wo wir gerade hinblicken, immer mehr Kapital wird runtergeholt. Not your key, not your coins ist nun mal der Leitspruch, der uns in den letzten Tagen immer mal wieder um die Ohren gehauen wird. Und das ist tatsächlich auch der Richtige. Dennoch muss man natürlich wissen, wie das Ganze funktioniert. Wie verwahrt man eigentlich seine Bestände? Ich hoffe, du bist jetzt gerade nicht in irgendwie Panik ausgebrochen und versuchst mit allen möglichen Mitteln nun deine Bestände runterzubekommen, ohne zu wissen, was du da tust. Ich werde in der nächsten Zeit nochmal ein Ledger-Video aufnehmen, also ein Tutorial, damit du dir selber nochmal in Ruhe angucken kannst, wie das eigentlich funktioniert. Wie lege ich das Wallet entsprechend an? Was muss ich dabei beachten beim Abbuchen von irgendwelchen Exchanges und so weiter? Das werde ich in den nächsten Tagen noch aufnehmen und eben auch veröffentlichen. Wenn du aber bis dahin noch irgendwelche Fragen haben solltest, kannst du gerne unten in die Kommentare deine Fragen schreiben, damit ich dir dann entsprechend helfen kann. Bitte frag lieber einmal mehr als einmal zu wenig, bevor du dann irgendwelche Bestände am Ende verlierst. Wir sollten in dem Atemzug auch mal über institutionelle Investoren sprechen, die natürlich auch diese Situation gerade nutzen, um zum Beispiel ihre Bestände weiter aufzubauen. Das ist tatsächlich der Fall. Wir sehen zwar, dass der Kollaps von FTX hier einiges mit runtergerissen hat, aber vor allem in der letzten Woche, weil dieser Digital Asset Funds Flow Weekly Report sich immer auf die letzte Woche bezieht, sehen wir nun tatsächlich, dass Kapital wieder aufgeladen worden ist. Das heißt also, insgesamt 18,8 Millionen wurden hier in Bitcoin-Produkte investiert, 2,5 Millionen in ETH. Wir sehen hier zum Beispiel aber natürlich auch Short-Positionen, ungefähr 12,6 Millionen beim Bitcoin. Und das Ganze wird dann hier aufgeteilt auf die ganzen Provider, Grayscale, 21 Shares, Pro Shares und so weiter und so fort, die also verschiedene Produkte anbieten, wo man eben als institutioneller Investor in zum Beispiel den Bitcoin und so weiter investieren kann. Und sie kümmern sich dann quasi um die Verwahrung der Bestände. Und hier sehen wir auf jeden Fall einen Trend. Und ich bin sehr gespannt, wie das in der nächsten Zeit weitergehen wird, denn natürlich haben wir extrem günstige Einstiegspunkte gerade. Der Preis selber ist in den letzten sieben Tagen beim Bitcoin um über 18% gefallen. Alleine, wenn wir also wieder über 20.000 liegen sollten, kann man hier also schon mal eine wunderbare Rendite von knapp 18% mitnehmen. Natürlich muss der Coin das erstmal hinbekommen. Und jeder muss natürlich selber entscheiden, welche Investitionsentscheidungen er hier trifft. Es gibt noch weitere Coins, abgesehen von Bitcoin, die in der letzten Zeit ordentlich in der Schieflage quasi waren, aufgrund dieser ganzen FTX-Geschichte. Aber wir sehen auf jeden Fall einige sehr, sehr spannende Einstiegspunkte. Wir sollten an dem Punkt natürlich aber auch über den maximalen Verkaufsdruck der Bitcoin-Miner sprechen. Das ist der höchste Verkaufsdruck, den wir seit Januar 2011 sehen. Und auch der hat natürlich dazu beigetragen, dass der gesamte Kryptowährungsmarkt gerade ordentlich unter Druck geraten ist. FTX ist natürlich das Maß aller Dinge hier, gerade wenn es um negative Nachrichten geht. Aber wir sehen mittlerweile eben auch, dass immer mehr Miner unter richtig heftigen Verkaufsdruck hier quasi leiden. Das heißt also, dass solange eben die durchschnittliche Hash-Preise hier nicht sinken, sie weiterhin ihre Bestände abstoßen müssen. Und wir haben hier im November 2022 einen durchschnittlichen Hash-Preis von 0,05 Dollar gesehen. Und das macht natürlich das Bitcoin-Mining gerade bei einem Preis von knapp 17.500 US-Dollar für die meisten kleinen, aber auch für einige große Unternehmen nicht mehr rentabel. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Es ist zum Beispiel so, dass man, wenn man sich einen S19 Pro ASCII-Miner von Bitmain organisiert, dafür 9.000 Dollar pro Maschine ausgeben muss. Und dass man zum jetzigen Zeitpunkt knapp 1500 Tage benötigt, um überhaupt die Kosten hier wieder reinzubekommen, bei einem durchschnittlichen Hash-Preis von 0,06 Dollar. Also auch die Miner haben hier gerade große Probleme. Und deswegen haben sie sich dazu entschieden, ihre Bestände kontinuierlich abzustoßen. Du siehst hier in der orangen Linie quasi eingezeichnet, die Miner-Balance heißt also, wie viele Bestände die Miner hatten. Und in den letzten Tagen sehen wir gerade einen massiven Abverkauf. Und das korreliert eben auch relativ stark hier zum einen mit der FTX-Geschichte natürlich, aber auf der anderen Seite eben auch mit dem Preisabschwung, den wir hier pro Bitcoin sehen. Und auch hier müssen wir uns natürlich etwas gedulden. Es kann durchaus sein, dass gerade durch die Kapitulation weiterer Miner die Hash-Rate also wieder sinkt, wodurch das Ganze dann wieder lukrativer wird. Es kann aber eben auch sein, dass diese Hash-Rate zum jetzigen Zeitpunkt massiv manipuliert wird. Auch darüber wird häufig schon diskutiert. Und ich bin sehr gespannt, wie sich die Miner in der nächsten Zeit so schlagen werden. Und hoffe, dass wir hier keinen weiteren massiven Kollaps eben sehen. Und werde dich natürlich auch diesbezüglich weiter auf dem Laufenden halten. Wie stehst du zu der aktuellen Lage und glaubst du, dass die Aufflust von allen möglichen Exchanges in dieser Geschwindigkeit weitergehen werden? Schreib doch deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es so war, dann freue ich mich auf jeden Fall, wenn du morgen auch wieder mit einschaltest. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und bis morgen.